Eine gigantische Explosion, ein einstürzendes Haus, Menschen, die um ihr Leben rennen. Das totale Chaos. Mehrere Dashcams in Autos halten das Inferno im Norden Chinas fest. Eine gewaltige Detonation erschüttert in den frühen Morgenstunden den Berufsverkehr in einem Vorort von Peking, nur zehn Kilometer vom Zentrum der chinesischen Hauptstadt entfernt. Trümmerteile eines Gebäudes fliegen durch die Luft, treffen Menschen, die sich panisch in Sicherheit bringen. Bilder wie aus einem Kriegsschauplatz mitten in den Gefechten. Mindestens zwei Menschen kommen bei der Explosion ums Leben, mehrere Dutzend werden zum Teil schwer verletzt. Als Ursache wird ein Gasleck in einem Restaurant vermutet. In China kommt es immer wieder zu heftigen Gasexplosionen, weil gegen Bauvorschriften verstoßen wird. Wie ist es? Mein Gefecht wird ein